Dies ist die Halbzoll Slim Power Ratsche und was sie so besonders macht, schauen wir uns jetzt an. Durch die robuste Doppelpin-Technik im Kopf konnte ein extra schlankes Kopfdesign erreicht werden. Dies zieht sich über die komplette Ratsche und somit konnte eine Gewichtsersparnis von über 40% gegenüber herkömmlichen Ratschen erreicht werden. Auch der Umschalter konnte platzsparend ins Gehäuse integriert werden. Zudem besitzt die Ratsche einen abrutschsicheren Zwei-Komponenten-Griff. Der Vierkant ist mit einem Sicherungsmechanismus ausgestattet. Das heißt, wenn ich die Stecknuss mit der Ratsche verbinde, ist diese unlösbar verbunden. Sobald ich allerdings den roten Knopf drücke, gibt der Vierkant die Stecknuss wieder frei. Die Stecknuss-Fein Untertitelung des ZDF, 2020